Herzlich Willkommen zu einer weiteren Staffel Minecraft. Heute wieder am Samstag, also das Video werdet ihr wahrscheinlich wieder später sehen. Wer nicht weiß, dass es ist, viele fragen mich immer. Ein 1.15 BWP Event, man spawnt hier random auf der Map und der letzte, der überlebt, hat gewonnen. Und das Ganze ohne Schutzzeit. Wenn wir jemanden killen, bekommen wir eine Blazerot und eine Netherwards. Das heißt, ihr könnt Tränke brauen. Hier sind auch so ziemlich alle Items erlaubt. Also es ist eigentlich ein ganz gutes Vanillabattle in 1.15. Ich spiele heute wieder mal alleine. Ich habe die letzten paar Male mit anderen Leuten geteamt und dachte mir heute mal wieder, jo, ich gönne mir mal wieder eine Staffel alleine. Actually heute mal ein ganz krasser Tigers-Forn, finde ich übrigens nice. Leute, viel Spaß mit einem Highlight. Let's go. Weil ich glaube, Spinnen sehen in dem Pack übelst eklig aus, ne? Ich habe da was in Erinnerung. Kann hier mal irgendwas anderes kommen als diese Scheiß-Tiger? Das bleibt spannend. Ich bekomme Damage und hier ist ein Skelett und ein Creeper. Ach du Scheiß, warum sind die Creeper denn weiß? What the fuck? Oh mein Gott, Leute. Oh nein. Oh Gott. Nice. It's Luca war das. Junge, ich hatte so Angst gerade. Der hat nämlich auch einen Stein, der hat mich nicht gefightet. Da vorne ist ein Zoom. Perfekt. War der erste Kill, oder? Das war der erste und noch einziger Kill, der bis jetzt gefallen ist. Ja, tatsächlich. Oh mein Gott, die Spinnen sehen hier so schlimm aus. Oh mein Gott, ich hasse es. Wenn die Spinnen so. Und dann nehme ich auch noch Pfeilschaden. Oh. Leute, hier sind Dias. Haben wir nicht gesehen. Eine Spinne wäre auch nicht schlecht. Ich will zwar eigentlich so wenig Spinnen wie möglich hier sehen. Bei aller Liebe. Oh, das sind Dias. Perfekt. Aber ich brauche halt eine. Junge, Alex und Retox sind auf zwei Herzen. Die würde ich ja so gerne finden. No joke. Wie kann das nicht bloß sehen? Warum ist Nikoi nicht auf dem Halben hochzugehen? Diamonds. Perfekt. Nomadiers. Sehr schön finde ich das. Oh, Nomadiers. Jawohl. Nice. Ja, komm, machen wir mal mittlere Pieces. Gönnen wir uns halt ein bisschen. Piten wir. Oh Gott, das ist eine Spinne. Komm, gib mir jetzt ein String. Ja. Leute, ich habe den Ambos nicht mitgenommen. Der ist noch vergraben da unten. Baby, ich rette dich. Hier, ich habe ihn gefunden. Ich weiß nicht, wie das aussieht. So, Piercing. Piercing 2. Also habe ich ja noch Zeit. Mevo ist tot. Von Chanka zockt. Okay. Oh Gott, hier ist wieder ein Tower. Na super. Auftrag erledigt. Das war nicht mal die. LOL. Das war eine andere. Wie bitte? Ja, moin. Firespekt. Oh. Warte mal. Das ist doch der... By the way, GG. Lass mich doch zu Ende braun. Grüß Gott. Moin. Ah, gut, dass ihr euch die Rüstung aufteilt, by the way. Finde ich auch gut. Teamplayer und so, ne? Jetzt habe ich den kleinen... Oh, da ist noch jemand daneben. Ich habe so 11 PS Lacks. Das ist so schlimm. Es ist in Minecraft immer wieder das gleiche. Kürbis. Kürbis. Hands auf. Alter, Paulinator. Ernsthaft? Äh... Also Fulldear. Man, so eine Scheiße. Ich hätte sogar mega viel Gold. Kürbis, danke für den Raid. Lass mich Gaps craften. Nein! Ah! Scheiße! Ich muss hier weg. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Ich muss hier weg. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Alter! Wie knapp das war! Alter! Motherfucking hell war das intens! Ja, ich meine... Oh, da vorne. Sieht spannend aus. Äh, es gab auch... Also, ich habe sonst immer mit Faithful gespielt, aber ich hatte halt mal Bock auf Abwechslung. Äh, ich habe das geguckt. Bitte hattet ihr die Äpfel? Ich glaub nicht, ne? Alter, dann muss ich mal was mit dem Pilz machen. Was ist das für ein Schwert, holy shit. Ich. Oh. Patiri. Patari. Ist alleine. Komm. Gönn. Da vorne steht Master. Oh Gott. Ah, die werden clean, ja. Die clean da mal sowas von rein. Tschüss. Die wollen mich halt, ne? Ja, die wissen halt, wer ich bin, ne? Also, ne? So. Die wissen halt, dass ich gut bin. Vielleicht wissen sie sogar, dass ich kein Eling mehr hab. Und die sind halt selbst gut. Die werden mich killen, 100 pro. Ja, und die haben auch, die haben auch genug Keeling, genug Gaps, alles. Und sind auch übel gestackt. Oh Gott. Ich bin tot, Leute. Das war's. Scheiße, Mann. Ja, die sind halt übel gestackt. Die hätten halt gegen Alex und so fighten müssen, ne? Die haben mich halt gesehen. Ah. Ah. Fuck. Ich bin tot. Ja. Ja, da konnte ich nichts machen. Ja, da konnte ich nichts machen.